Herzlich Willkommen, ich bin Wolf Fuß, ebenfalls anwesend ist Hansi Küpper. Danke Wolf, also von diesen beiden Mannschaften können wir uns eine Menge erwarten. Die Begegnung, die ist richtig heiß. Die UEFA Champions League Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen. Wie sieht deine Prognose vor dem Spiel aus Hansi? Also es könnte ein richtig großes Spiel werden, schon deswegen, weil beide Mannschaften eine Menge hochkarätige Spieler in ihren Reihen haben. Eine einzige Chance könnte in dieser Begegnung der fast perfekten Abwehrreihen schon entscheidend sein. So wird die Aufstellung der beiden Teams aussehen. So wird die Aufstellung der beiden Teams aussehen. Und los geht´s! Kagawa Filippe Milo Er bekommt den Pass in guter Position Papastatopoulos Nimmt den Ball Volley Und er verzieht Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend Zum ersten Mal ist es gefährlich geworden, Chance Nummer 1 in dieser Partie Wir hoffen auf Fortsetzung Filippe Milo Sven Bender Wer kriegt denn den Ball? So, versucht das! Eiskalt verwandelt Und es steht 1 zu 0 Wer so weit weg steht vom Gegenspieler, der darf sich nicht wundern, wenn er dafür bestraft wird Was für ein Auftakt! Da hätten sie schon etwas mehr Konzentration in dieser Anfangsphase gebraucht Jetzt liegen sie hinten und jetzt müssen sie sich was einfallen lassen Da ist er dran! Selcuk Inna Hamid Altintop Muss den Ball nach vorne bringen Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden Jetzt kann er es probieren Großartig in Szene gesetzt hier Schöner Weiterpass, das ist kein Abseits und aus so einer Möglichkeit kann man auch mal ein Tor machen Schneider Er ist noch immer am Ball, das könnte was werden Zauberer Annahme Knappe halbe Stunde gespielt Abseitsposition angezeigt vom Assistenten und damit Ballbesitz für den Gegner Abgefangen So macht man das Pfosten! Einwurf Der kommt direkt vor das Tor mit der Stirn Flanke kommt Abseits Da hinten steht ja noch einer Kakawa Der kommt direkt vor das Tor Flanke kommt aber wird sofort von der Abwehr entschärft Er bringt die Hände an den Ball Das gibt Ecke Er bringt die Flanke Ein Kopfball Und er ist da und kann den Schuss blocken Ne, nicht ganz Er kommt im Bedrängnis zum Abschluss Das ist eigentlich stark aber der Ball ist nicht drin Und er bringt ihn rein Und auf geht's in die Kabinen Es ist Halbzeit Game Keys und Game Cards MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Und der Kampf auf dem Platz geht weiter Noch hat ihre Führung bestand Semain Weiter geht's mit einem Einwurf Ein weiter Befreiungsschlag Kagawa Er spielt den Ball erstmal weg Gute Stellung spielt der Abwehreinwurf jetzt Dazwischen gegangen Der Ball ist weg Die Abwehr steht's Versucht weiter zu kommen Und jetzt Sheju Muss den Ball nach vorne bringen Er ist die Chance zu flanken Sie bekommen Eckball Der Ball fliegt in Richtung Zentrum Das hätte das 2-0 sein müssen Das war die Chance hier die Führung auszubauen Das hätte Sicherheit gegeben Aber so holt man sich die Sicherheit natürlich nicht Jetzt in fast 75 Minuten vorbei Er treibt den Ball durch Da ist das Ding Netter Versuch aber glücklos Sie erarbeiten sich viele Chancen Aber die Genauigkeit im Abschluss Die lässt zu wünschen übrig Da ist die Flanke Direkt abgezogen Zemaili Zemaili Papasatopoulos Gutes Zusammenspiel Da kommt die Flanke Da kommt die Flanke Runtergepflückt Sven Bender Gefahr gebannt Aus Und die Flanke Zieht aus der Halbdistanz ab So, das war's Das Spiel ist aus Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen Für den Gegner gab's einfach kein Durchkommen Bis zum nächsten Mal Kielgeräusern Vielen Dank.